Und weiter geht's ihr Lieben mit einer neuen Folge hier in Russian Fishing 4 und natürlich wieder mit dem Posen-Heini hier. Ja, gerade Level 13 bzw. kurz vor Level 14. Das packen wir jetzt bestimmt auch noch und wir testen und testen und testen. Leute, ihr könnt es euch nicht ausdenken. Überall rumprobiert, Belaya rumprobiert, Windenbach rumprobiert. Windenbach reicht auch mittlerweile. Ich meine, Windenbach funktioniert immer noch. Man kann immer noch sich hinstellen tagsüber und haseln und lauben und kloppen ohne Ende. Aber man muss ja auch wirklich sagen, irgendwann ist man genug mit dem Windenbach. Man will ja auch mal ein bisschen was, was so ein bisschen in die Eisen geht, was so ein bisschen Power hat. Und ja, aus diesem Grund stelle ich mich jetzt heute in der Nacht mal auch hier an die alte Festung. Wir sehen gerade, wir haben etwas Rückenwind. Das sieht man immer unten an den Koordinaten hier, wo die Windrose ist sozusagen. Und da wird es bei dem E. Neben dem E ist so ein kleines Pünktchen. Und das heißt, da von diesem Pünktchen her, da kommt der Wind her aus dieser Richtung. Wenn das Pünktchen ist, und jetzt sieht man natürlich oben rechts bei dem Wetter, drei Meter die Sekunde. Also es pustet relativ gemächlich. Aber man sieht es gerade natürlich dann beim Posenangeln, dass hier immer mehr Schnur genommen wird. Die wird immer schön lang gezogen und dann irgendwann fällt dann die nächste Welle sozusagen von der Spule runter. Ja, und so zieht sich das halt Stück für Stück immer weiter raus bei dem Wind. Ist halt manchmal ein bisschen räudig. Ja, testen, testen, testen heißt es. Die letzten Tage ja jetzt auch oder jetzt am letzten Montag dann im Livestream komplett durchgepost. Und da auch dann am Belaya rumprobiert. Der Develos sagte, Alten, probier mal am Belaya. Jawolski, ausprobiert. Es war so lala. Dann heute auch nochmal wieder rumprobiert. Dann rumprobiert mit verschiedensten Ködern. Und ja, es sind ein paar schöne Brocken reingegangen. Wir können ja mal eben reingucken in die Statistiken. 800 Gramm Bachforelle ist mit drin gewesen. Oder sogar, richtig geil, 2,9 Kilo Esche. Auch hier schön mit der Bollo dann gefangen. Ging relativ easy sogar. Hat sich nicht so gewährt wie so eine 2,9er Esche auf, sagen wir mal, auf dem Ultralight-Set oder sowas. Die wäre da deutlich mehr abgegangen. Und das hat das Doppelte an Bremskraft sozusagen. Beziehungsweise, wenn ich mir das jetzt von der Schnur und so anschaue. Ja, ich bin hier mit 5 Kilo unterwegs gewesen. Also dafür ging das erstaunlich gut rein, das Ding. Hat sich kaum wehren können. Ja, jetzt gerade bin ich hier an der alten Festung, wie gesagt. Und teste weiter. Die Action heute am Belaya war schwierig. Wir können ja nochmal eben auf die Köder eingehen. Ich habe die letzten Tage jetzt hier und In-Game-Tage rund 200 Silber ausgegeben für verschiedene Haken und für verschiedene Köder. Nicht gehakt. Und die verangele ich jetzt hier Stück für Stück. Also die Köder, am besten nicht die Haken. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, wie denn jetzt so der Stand der Dinge ist. Natürlich hole ich mir auch zwischendurch immer noch hier wieder Regenwürmer gratis. Aber hier, das ist glaube ich jetzt ganz wichtig. Ich habe mir die Haken immer doppelt geholt, falls man was abreißt. Dass ich dann immer noch den Haken quasi zur Hand habe als Ersatz. Oder wenn ich dann tatsächlich doch mal mitstippe. Ich bin immer noch nur mit einer Stippe eigentlich unterwegs und mit der Bollo jetzt. Das muss reichen. Wobei es an Belaya zum Beispiel nur mit der Bollo. Da ist mir das mit der Stippe dann zu anstrengend. Immer hinterher werfen und sowas. Das ist zu schwierig. Aber jetzt so an stehenden Gewässern schön mit beiden natürlich. So, doppelte Haken. Also Einserhaken, Viererhaken, Zehner, Zwölfer. Ja und hier Vierzehner und Sechzehner hatten wir ja vorher schon. Und natürlich auch ganz wichtig die Achtzenerhaken für Lauben und Hasel und Co. Das ist immer so die Basic. Ganz wichtig eben auch hier die Einserhaken und die Viererhaken. Das sind so die wichtigen Großen. Einen hätte ich noch fast vergessen. Nennen Sechserhaken. Den verwende ich nämlich gerade. Und einen Sechserhaken werde ich mir auch von diesen roten Haken nochmal doppelt holen. Denn die Sechserhaken sind für manche Köder wichtig. Warum das Ganze? Warum auch diese ganze Auswahl? Wenn wir mal gucken bei den ganzen Ködern. Naturköder hier. Die ganzen Naturköder haben ja bei den Informationen stehen, ist zu verwenden mit einer Hakengröße von winzig bis mittel. Das heißt, wenn ihr manchmal einen verkehrten Haken drauf habt, werdet ihr zum Beispiel die Zugmücke mit einem Viererhaken gar nicht verwenden können. Weil Sechserhaken ist halt das Größte, was man verwenden kann. Andersrum kann man so auch sagen, okay, ich habe zwar jetzt nur diese winzige kleine Zugmückenlarve hier. Möchte allerdings mit diesem winzigen Köder das Größtmögliche an Fisch rausholen. Auch dann kann man natürlich gucken, dass man eher den maximal, also diesen großen Haken verwendet, den Sechserhaken, als jetzt hier so einen kleinen 24er. Auch da kann man dann natürlich so ein bisschen variieren. Auch hier Sechserhaken. Also wie gesagt, ich muss mir ein paar Sechserhaken, muss ich mir dann doch nochmal holen. Das Größte in West waren tatsächlich, auch jetzt hier nicht die Mais und Erbse und sowas. Das habe ich noch gar nicht ausgiebig genug getestet. Da muss ich nochmal ein bisschen ran. Das Größte in West waren tatsächlich hier die Insekten. Die kosten ordentlich. Sind auch nicht an jedem Gewässer gut zu bekommen. Eintagsfliege übrigens hat funktioniert. Am Belaya, also wenn ihr Bock habt aufs Belaya-Pose angeln, 40 cm Tiefe, Sechserhaken bis Viererhaken für eine einigermaßen Frequenz. Heißt jetzt nicht reinwerfen Fisch, heißt reinwerfen, 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 reinwerfen Fisch. Also ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem Spinning, aber sie gehen halt rein und es können eben auch ganz schöne Brocken reinballern. Also Sechserhaken, Viererhaken, dann hier Eintagsfliege, Dasselfliege ruhig mitverwenden oder eben auch mal den Mistkäfer, Maikäfer und Fliege. Fliege soll glaube ich auch funktionieren, habe ich allerdings noch gar nicht getestet. Die habe ich mir jetzt ganz frisch gekauft und noch gar nicht getestet. Da werde ich demnächst auch mal auf Frösche mitgehen. Mal gucken, wann wir das hinkriegen. Ja, was haben wir jetzt hier? Anderes Ziel war dann, als es mit den, da fehlt eine Pose, als es mit dem Belaya nicht so super ging, habe ich mir gedacht, alles klar, dann teste doch nochmal auf Döbel. Döbel war so lala, muss man wirklich sagen. Oh schön, da weiß ich auch, wer hier die ganze Zeit rumzuppelt. Die kleinen Kaulbarsche sind hier, sehr gut. Die zuppeln dann natürlich gerne dran rum und haken häufig dann auch nicht, weil der Haken selbst, den ich jetzt gerade verwende, vielleicht einfach zu groß ist. Dann kann das schon mal sein, dass man da die nicht gehakt bekommt. Ja, Döbel, ich stand, jetzt würde ich gerne die Map aufmachen. Ich bin hier, ich weiß nicht, ob man es erkennt, hier hinten ist die zweite Brücke an der alten Festung. Hier in die Richtung ist die alte Festung. Und dann kommt man ja hier hinten runtergerannt, könnte hier zu der Brücke gehen. In die Richtung ist hier der Campingplatz in Spuckreichweite sozusagen. Genau da vorne ist der Campingplatz. Und ich bin hier unterhalb, wie gesagt, zwischen Campingplatz und der unteren Brücke hier an der alten Festung auf 33, 31. Und habe hier, wie gesagt, den Regenwurm einmal und einen Mistwurm mit draußen. Und stand vorher, wenn jetzt da die alte Festung ist, links, wenn man die Map aufmacht, links neben der alten Festung, da ist so ein bisschen so kleiner Holzanleger auch. Habe da ein bisschen rumprobiert. Da sind ein paar Döbel reingegangen. Schauen wir gerade mal rein hier. Das sind so die letzten Minuten hier gewesen. Also einige Döbel auch auf Regenwurm oder Mistwurm. Nicht ganz so maßig. Ich hatte dann auch mal einen größeren Haken probiert. Dann ist ein Fetter mit reingegangen. Aber dann war auch ein bisschen Flaute. Dann bin ich jetzt gerade hier, das wird langsam abends. Dann bin ich jetzt hier gerade runter. Habe hier rumprobiert. Jede Menge Karauschen. Ein Aal ist reingeballert. Auch natürlich ganz nett hier. Schön auf dem Mistwurm. Nimmt man gerne mal mit, so kleinen Aal. Aber das, hoppala. Ist auch natürlich noch nicht der Burner. Nichtsdestotrotz kann man ruhig mit dem Mistwurm und so. Mistwurm, Regenwurm ruhig mal hier auf dem Aal probieren. Tiefe ist hier immer so eingestellt auf 1,20 Meter. Habe ich das in der Regel. 1,20 Meter, 1,25 Meter. Ansonsten natürlich rumprobieren. Für einen Aal speziell würde ich sagen den Köder. Ja, so tief wie es möglich ist, über den Boden präsentieren. Man kann das ja einfach selber ausprobieren. Ich habe jetzt hier auch keinen Clip oder sowas. Verwende ich die ganze Zeit gar nicht beim Posenangeln. Ähm, also ich werfe raus und ziehe mir dann die Pose dahin, wo ich sie gerne hätte. Wenn sie nicht da landet, wo sie ist. Und wenn ich jetzt hier so diesen Randbereich mir angucke, dass die Pose jetzt schön in diesem Randbereich von dem Geschlonze steht, finde ich ist das ganz gut. Und, ähm, zack, da geht was Kleines dran. Schläfergrundel. Ne. Ganz zaghaft runtergezogen. So, und dann heißt es natürlich, wenn ich jetzt auswerfe und locker lasse, wenn dann die Grundberührung kommt, dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu tief. Dann zieht man wieder 2, 3, 4 Zentimeter hoch. Und dann reicht das ja so von der Tiefe. Dann ist man knapp über dem Grund. Und dann passt das. Wie gesagt, so, ich bin in der Regel hier mit 1,20 unterwegs. Hier bin ich ein bisschen flacher mit dran. Ich glaube auf 90 gerade. Und, ja, so sieht das zur Zeit aus. Ähm, ja, wie geht's weiter? Es ist schwierig. Es ist schwierig natürlich. Schwierig auch für mich jetzt so viel Zeit da rein zu investieren, dass jetzt hier kontinuierlich, ähm, Videos auch nachträglich kommen. Ähm, weil das natürlich, ja, nicht nur für euch sich zieht, ähm, wenn ihr hier selber angelt, sondern für mich zieht es sich natürlich ganz genauso. Also auch ich ziehe jetzt hier nicht am laufenden Band die dicken Brocken raus, sondern ich muss suchen und probieren und probieren. Und bin dann immer froh, wenn ich mal so ein paar Stellen finde, wo man mal ein paar schöne Fische zieht. Giebel und Karauschen muss ich sagen, muss ich nochmal testen. War ich noch gar nicht. Ähm, also wenn ich da noch eine Stelle finde. Bisher ist es hier auf Karauschen gar nicht schlecht. Ähm, wenn ich hier ein paar dickere noch ziehe, gar nicht verkehrt. Kann man machen, ey. Also, Giebel und Karauschen. Ja, und dann geht es halt, äh, Stück für Stück weiter. Ich werde es natürlich auch immer noch weiter mit, äh, zwischendurch in den Livestream mit reinziehen, dass wir da zwischendurch mal ein bisschen weiter dann auf Pose gehen. Und, ähm, wenn sich dann Stellen ergeben, wo, ähm, wo man wirklich effektiv Gas geben kann und wo man richtig viel rausziehen kann, dann gibt es natürlich da auch ein Infovideo zu. Wenn du allerdings jetzt schon, äh, Stellen kennst, ruhig immer reinschreiben mit in die Kommentare. Für alle anderen Angler auch. Ich teste das natürlich auch immer gerne, ähm, wenn es da eine Stelle gibt, die funktioniert, dann haue ich da natürlich auch ein Video zu raus. Also, immer gerne ruhig ein paar Infos reinhauen, falls ihr Stellen kennt. Ähm, viele, die Stippangeln betreiben, die haben natürlich auch so ihre, ihre Geheimspots. Und, äh, die verraten die nicht so ganz gern, weil es bei dem Stippen natürlich auch immer ums Turnierangeln geht, beziehungsweise ums Wettangeln geht, um die Rekorde. Und da, ähm, wird natürlich gerne gesucht an den Stellen und rumprobiert. Und, äh, das gibt man da natürlich ungern irgendwie dann einen Preis, wo man da seine Brocken rauszieht. So, gucken wir mal. Also, wie gesagt, das Große und Ganze ist jetzt im Moment, ich habe jetzt rund 200 Silber aus... Na, nicht ganz. Sagen wir mal 150 Silber ausgegeben für verschiedenste Köder. Habe mittlerweile auch schon wieder einiges reinbekommen an Silber. Ähm, habe mir jetzt hier übrigens nochmal diese Pose geholt. Ha, fällt mir auch noch ein. Genau, war auch ein Tipp vom Devilous, weil die von der Tragfähigkeit her ganz gut ist. Und vom Wurf, von einem Wurfgewicht, beziehungsweise vom Gewicht selbst, die hat 5 Gramm. Und, ähm, die Bollo, die hat hier ja bis 40 Gramm Wurfgewicht. Also, das Ding kann man halt richtig, ja, gut weit rauswerfen. Was haben wir denn da jetzt hier dran? Auch so Karauschen, glaube ich, ne? Ja, zack, auch wieder gehakt direkt, jawohl. Die Karauschen hier auf dem Regenwurm. Nehme ich gerne mit, die Karauschen auf dem Regenwurm. Sehr schön, ey. Sehr, sehr schön. Warum nicht? Aber es kann auch gern gleich nochmal ein Aal reinballern. Wäre auch nicht schlecht, ne? So. Ähm, ja. Ja, also, Stand der Dinge, Köder verangeln. Das ist jetzt der Punkt. Das Set bleibt erstmal so, wie es ist. Ähm, ich hab jetzt sämtliche Haken, sämtliche Köder, die man benötigt. Können wir nochmal eben kurz reingehen. Das ist die riesengroße Auswahl an Ködern. Reicht komplett, ne Riesenauswahl an Ködern. Wenn man sich auch die Zahlen anguckt, ähm, hier mit 300 zum Teil und was nicht alles. Das kostet halt alles in der Anschaffung, ähm, nicht wirklich viel. Und dann hat man aber auch jetzt ein Riesenportfolio an Ködern und kann an den Stellen, wo man meint, hier könnte doch was gehen, einfach auch die ganzen Köder einmal durchtesten. Ah, was mir auch noch eingefallen ist, oder aufgefallen ist, am Windenbach speziell, ähm, wenn ihr am Windenbach unterwegs seid. Ich hatte sehr guten Erfolg am Windenbach, ähm, an verschiedensten Stellen, pauschal mit einer Tiefe von 17 Zentimeter. Ich hab da gar nicht, also ich hab eine lange Zeit rumgespielt und hab die Tiefen getestet und getestet und getestet und, ähm, habe tatsächlich, ähm, wenig Erfolg gehabt an wirklich gut funktionierenden Stellen normalerweise. Und, ähm, hab dann eingestellt auf 17 Zentimeter und auf einmal ging's los. Also ganz eigenartig, ob das an der Bolo liegt, ich weiß es nicht, aber im Moment lübt es zumindest am Windenbach auf 17 Zentimeter Tiefe. An vielen Stellen deutlich besser als, ja, auf irgendeiner eingestellten Tiefe, 30 Zentimeter, 40 oder, oder, oder. War übrigens dann am Belaya auf die Fische dann nicht so, da war das mit 40 Zentimeter, äh, wirklich top. Joa, noch irgendwas? Nö, ich glaub, das waren so die aktuellen News sozusagen, der Stand der Dinge hier von dem kleinen Posenangler. Ähm, zack, da geht doch nochmal einer rein, Jawolski. Und nochmal eine schöne Karausche. Ja, die Karauschen, so mega viel XP bringen sie nicht. Ich dachte, wir machen hier nochmal eben schnell das Level ab. Das wird aber jetzt noch ein bisschen dauern. Aber ich denke dann, im nächsten Video haben wir mindestens Level 14, wenn nicht sogar 15 geschafft. Petri, ihr Lümmels, zieht raus. Wie gesagt, wenn ihr Infos habt, ruhig unten reinschreiben in die Kommentare, wenn es irgendwo, äh, einen gut funktionierenden Spot gibt. Ich renne da sofort hin. Bis zum nächsten Mal oder halt im Livestream dann. Petri. Tschüss. Und Acfield. Tschüss. going to